Der Erfolg der SAM-Arbeit ist, dass wir monatlich vier bis acht Abschlüsse mehr haben und dadurch einen Umsatz von über 160.000 Euro generieren momentan. Und wir möchten auch weiterhin mehr skalieren, dadurch, dass wir auch neue Kampagnen starten, dass wir eventuell das Doppelte machen können. Hi, ich bin der Dras, ich bin der Geschäftsführer der Firma Sonnen-Gi Allgäu GmbH. Wir sind ein Solarfachbetrieb, wir bauen Photovoltaikanlagen für Großkunden. Das sind Anlagen über 100 kW Peak, als auch kleine Kunden, normale Haushalte von 5 bis 10 kW Peak. Unser Motto ist immer, alles aus einer Hand. Das heißt, von Anfang bis Ende wird alles aus einer Hand gestellt. Man hat bei uns einen Ansprechpartner und du dann auch immer deine Sicherheiten hast. Meine Herausforderung, bevor ich mit der A&M gearbeitet habe, ist es wirklich gezielt Kunden zu bewerben. Das heißt, Kunden zu generieren, Leads. Ich wollte nicht diese Leads kaufen, wie es auch viele machen, sondern wirklich meinen eigenen Leads schaffen, dass dieser Name Sonnenenergie bekannt wird und auch die Marke für etwas steht. Momentan ist der Markt am Expandieren. Es wird größer und größer. Es kommen mehrere Solarfirmen auch auf den Markt. Für mich ist wirklich der Vorteil von A&M, ich kriege mehr Leads. Das heißt, ich suche mir Leads aus. Ich kann mir jetzt wirklich das aufsuchen, was wir bauen möchten, wo auch meine Monteure Lust haben dazu. Wir müssen nicht alle Aufträge annehmen, sondern wirklich die guten Aufträge und wir können es dann wirklich auch sondieren. Ich bin auf die A&M aufmerksam geworden durch einen Facebook-Post, ein Video, das man sich dort anmelden kann und spezifisch wirklich seinen Kunden dadurch generieren kann. Ich habe dann ein Formular ausgefüllt, damit ich einen Rückanruf bekomme. Und dann ging auch schon alles sein Wege. Das erste Beratungsgespräch fand ich sehr gut. Die strategischen Folgen wurden klar definiert und dadurch haben wir auch sofort die Zusammenarbeit gestartet. Der Ablauf der Zusammenarbeit ist sehr unkompliziert. Ich habe meinen eigenen Ansprechpartner gehabt und konnte immer meine Wünsche und Ziele sofort mit demjenigen beraten und auch kurzzeitig umsetzen. Dadurch, dass wir auch die Strategien, die wir besprochen haben, immer verfolgt haben, ging es sehr, sehr schnell die Umsetzung. Die Zusammenarbeit mit den A&M läuft so gut, dass wir quasi nach drei Monaten jetzt von einer Kampagne auf vier erhöht haben. Der Einwand war wirklich bei mir das Kosten und Nutzen. Von den Kosten, wie viel kann ich wirklich an Leads generieren? Das wurde aber wirklich durch eine Statistik, was mir auch gezeigt worden ist, widerlegt. Und auch durch das Vertrauen, sage ich mal, wenn man jetzt ein Video hört, wie der Kunde wirklich sagt, okay, das funktioniert. Das hat mir wirklich diesen Einwand gesagt, okay, diesen Schritt gehe ich jetzt und ja, wir machen es einfach. Warum habe ich diese Dienste mit den A&M gemacht? Weil ich habe es vorher schon selbst probiert, habe auch dann über andere Medien versucht zu schalten, andere Firmen genommen. Das hat wirklich nicht funktioniert oder es wurde nicht speziell diese Leads mir gebracht, was ich haben möchte. Und dadurch bin ich dann, wie gesagt, auf die A&M aufmerksam geworden. Und jetzt haben wir wirklich die Leads, die ich auch wirklich brauche und auch nutzen kann. Mit Leadsportalen wollte ich nie arbeiten, weil es ist für mich nicht nachhaltig genug. Ich möchte was setzen, was nachhaltig ist. Das heißt, ich mache Werbung für mich. Dadurch bin ich ja wirklich auf die A&M zugekommen und sage, okay, ich möchte hier der Platzverschwerden. Ich möchte Nachhaltigkeit haben. Also der Vorteil an A&M ist, dass man wirklich Zeit sparen kann. Man hat vorqualifizierte Leads, mit denen auch ich oder meinen Vertriebler direkt umsetzen können. Das heißt, wir müssen nicht mehr selber vorqualifizieren. Das wird schon vorher gemacht, dass man auch nachher zum Abschluss kommen kann und sehen kann, aha, warum hat jetzt der Kunde nicht abgeschlossen oder der andere schon? Da sieht man klar die Vorteile und Nachteile oder was ist da passiert, dass man alles dokumentieren kann. Was mich tatsächlich überrascht hat, dass am Anfang sehr viele Leads direkt aufgepoppt sind und wir dann wirklich auch sofort loslegen konnten und anrufen konnten. Und auch, was wahrscheinlich sehr glücklich war, dass der erste Kunde, der auch bei uns Lead war, auch direkt unterschrieben wird. Jeder, der skalieren möchte und mehr Lead für sein Unternehmen braucht, sollte mit der A&M arbeiten, weil sie einfach die Profis sind. Und wer nicht wagt, diesen Schritt zu gehen, wird auch keinen neuen Kunden generieren.